Hallo und herzlich willkommen folge erfolgen ist recht verheiratet vor wie reichkrieg aber auch die Tüte ja die Kiel durch die Hauptdarstellung der Klaude ist besser als holen sie die eilig für die jene oder durch die Ersagen aber das sagt die Witzschel die nehmen uns komplett auseinander Oh mein Gott! Alter, ja, ich bin weg. Aber Klaus, ja, Klaus. Oh, lol. Okay, nein. Lol. Was für eine Blommage. Dass man seine Charaktere powern kann. Nee, das gab's doch nicht. Und ich hab geübt, und deshalb fühlt's heute ein bisschen lustiger. Kabam! Oh, ich hab geblockt. Das gibt's hier nicht. Ich bin besiegt. Noch nicht! Haha! Quetschütze! Uh! Der war nicht gut von mir. Bams! Quetschütze! Oh no! Haha! Ninja! Frostkill! Bams! Ninja! I see a main incoming. Ich werd sie jetzt aufzeichnen und dann analysieren. Mensch gegen Frosch. Wer wird gewinnen? Lol, ich kann ein Delegator! Wahrscheinlich schon. Er ist ein Pokémon. Pokémon schreien immer ihre eigenen Namen. Hast du das nicht gewusst? Ams! Lol, der killt ja schon bei 100. Quatschütze! 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 Oh yeah! Ganondorf! Hexenhaxen! Take the power! Haha! Alter Leute, seht euch das an. Ihr könnt mit Ganondorf einfach nichts gegen ihn machen. Noch ein paar Kniebeugen zum Aufwärmen. Ohhhh! Und genau so hat das dann online ausgesehen. Nice! Jadaan! Jadaan! Ich hab's dir schon kurz verraten, wenn ich spiele. Spin to win! Neon! Baitblade! Ey, warum feuern die dich auch nicht? Ich bin hier! Der König der Kupe! Komm jetzt aber! Tschüss! Ich hasse dich! Antikum? Den kenn ich gar nicht. Leute kennen die Antikum? Ich kenn ihn nicht. Donkey Kong! Wir wissen beide, dass kein Gegner in Donkey Kong Country gegen die Rolle ankommt. Erdbeben! Bam! Uga uga! Okay, das ist mir neu! Was? Hast du auch solche Mockis, dass du dich selbst in der Luft hin und her bewegen kannst? Ich denke nicht! Uga uga! Ich Banane! Wuhu! 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 Fußballer wissen Bescheid! Das war's mit dem Flo! Wenn der Flo meint, er muss jetzt hier Rage quitten, dann hilft leider alles nix mehr! Oh, did he know that? Oh! Cloud! Cloud! Ich hab gehört, du bist krank! Bist krank! Uuh! Uuh! Lol! Da geht man ja nach oben! Dafür gibt's eine Strafe vom Doktor Mario! Oh, gut! Nein! Pussy! Pussy! Oh, ich hasse! Pussy! 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 Ja, schön! Ich glaube, ich spiele jetzt auch Cloud! Surprise, motherfucker! Jetzt denkt sich der Flo wahrscheinlich, what the fuck, hast du dir den DLC gekauft? Und ich nur so, ich spiele Cloud! Fox! Mac Cloud! Oh, my God! Was? Überкра restored ihn noch was! Bam! Bam! Oh! Bam! Kacang! Oh! Shit! Oh! Heia! ической Sp saludable! Heia! Okay, der war nicht schlecht! Oh! Oho! hair! Oh my God! Nice teamed ya! Junge der! Der nimmt auch Speed als Drogen, ey. Oh, Long Range. Ich weiß nur, dass dein Ende gleich gekommen ist. Bam. Zweimal auf die gleiche Art gekillt. Na, Flo, bist du ready? Hoppala, meine B-Taste klemmt. Wow. Holy shit. Warum macht die Tasse nicht behindert? Lol. Und ich dachte, du hättest geübt. Nimm das Cape. Cape. Was hast du da gerade gemacht? Hääm. Hoh, Kampf der Medals. Hääm. Holy shit. Monado. What the fuck. Ich hasse, ich hasse es. Wie es einfach jedes Mal voraussieht. Oh. Noch nicht sterben hier. Tschüss. Palutena to strong. Äh, Palutena to strong. Palutena. 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 Flo, du bist ja ein richtiger Pro. Wir müssen mal auf dem Turnier spielen. Du weißt, was ich machen will, oder? Ja, klar. Ah, er hat's gefehlt. Da muss er sich gleich wieder aufladen, die kleine Fotze. Oh Gott, ich schwitze schon wieder die Kontrolle voll. Ahja. Ahja. Ah, ah. 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 Ah, ah. Am, ah. Ja gut. Das war's. Am alter Gone. Naja, wenn ich die ganze Zeit hier rumspam mit dem Scheiß Limit, da würde ich auch gewinnen. hier voll easy peasy lemon squeeze deswegen muss ich hier auch immer alles allein kommentieren weil auf einmal so still wird na komm ja okay dann sage ich jetzt auch nichts mehr ich kann das auch weißt du alter der war geil du kannst irgendwie meinem wasser schuliken nicht so gut ausweichen habe ich gehört du wichser komisch geladen ja es muss ein gewinner geben flo das weißt du genauso gut wie ich wir müssen halt mit lex spielen es ist einfach wie gegen solche random faggots lehrt er sich wieder auf komm herr du kleine schmachtel nein der angriff ist so unfair muss es aber echt die letzte runde sein denn wir sind schon bei über 30 minuten was sei froh dass ich dann nachdem du runtergefallen bist nicht mehr vollgeist gegeben habe das ist genau das was du denkst glück ist es gilt das weißt du ganz genau weil ich meine kontrolle auch mal richtig krass in den anderen ficken und die neuen rivalen sind angekommen bis zum nächsten mal